Hallo meine Lieben, Willkommen zu einem neuen Video von mir und heute geht es um ein ganz anderes Thema, nämlich ich bin getaggt worden von der lieben Stefanie, vom Kanal Stefanie, verlinke ich euch unten bei mir auf jeden Fall in der Infobox. Und ich habe hier die Fragen auf meinem Handy und ich lese sie euch vor und werde euch diese Fragen beantworten. Es geht hier um reine Mama-Baby-Themen, also wer jetzt irgendwie was Fitnessmäßiges erwartet oder was Ernährungsmäßiges, sollte abschalten, ansonsten bleibt dran. Also die erste Frage lautet, Stoffwindeln oder Wegwerfwindeln? Also ich bin eine ganz klare Wegwerfwindeln Mama gewesen, ja ich habe immer diese Pampers gehabt, ich hatte auch immer die Originalpampers hier zu Hause, aber ich muss sagen, die besten Windeln fand ich immer waren die Pamperswindeln, aber Stoffwindeln waren für mich nie eine Option, weil das war für mich einfach viel zu viel Hickhack, ja und da ich ja sowieso mit dem Kleinen immer wirklich von morgens bis abends, den ganzen Tag, vor allem seinem allerersten Lebensjahr nur draußen unterwegs war. Ich bin teilweise acht bis zehn Kilometer am Tag mit ihm rumgerannt, da wäre ein Stoffwindeln für mich absolut ein No-Go gewesen, geht gar nicht. Zweite Frage, Putzeimer und Lappen oder Allzwecktücher? Also, seit ich Mama bin, habe ich auch immer ein riesen Reservoir an Allzwecktüchern zu Hause. Ich habe sogar in meinem Esstisch, haben wir unten runter auch so Schubladen und jeweils da, wo mein Mann sitzt oder wo ich sitze, sind auch jeweils Allzwecktücher deponiert, im Auto sind Allzwecktücher deponiert, im Bad sind Allzwecktücher deponiert, also ich habe irgendwie überall Allzwecktücher und auch so Klinikstücher, also und ja, diese Feuchtücher, diese Pampersfeuchtücher, die habe ich natürlich auch immer überall, aber natürlich grundsätzlich richtige Reinigung, natürlich putzt einmal euren Lappen und dann wird richtig geschruggelt und gemacht und gewinert, aber für die Kleinigkeiten so, wie wir so schön sagen können, Kölsche Wisch, dann müssen die Allzwecktücher her. So, nächste Frage. Babybjörn oder Manduka? Also, ich hatte weder Babybjörn noch Manduka, ich hatte dieses Ergo-Baby-Teil, 360 Grad, war eigentlich eine tolle Idee, ist eigentlich eine gute, tolle Erfindung gewesen, weil ich konnte den klein vorne tragen, hinten tragen, auf der Seite tragen und auch umdrehen, dass er auch nach vorne gucken konnte, aber der Noah ließ sich partout nicht in dieses Ding reinsetzen. Er hat von Anfang an geschrien und gezackert und geweint und sich gewehrt, also bei uns hat leider dieses Baby-Trage-Ding irgendwie gar nichts gebracht. Ich habe wirklich den kleinen den ganzen Tag durch die Gegend getragen und dementsprechend habe ich auch immer noch leichte Lidierung in meiner Schulter. Ja, mein Supraspinatus, diese Sehne, ist immer noch angerissen oder durchgerissen, ich weiß es nicht. So, vier Kinder oder Einzelkind? Also, ich bin 39, wenn ich jetzt vier Kinder hätte, ich würde, glaube ich, komplett durchdrehen oder wenn ich jetzt noch weitere drei bekommen würde, deswegen ist bei mir eher die Frage zweites Kind oder Einzelkind. Also, you know. So, Familienbett oder eigenes Bett? Ganz klar, im ersten Lebensjahr hat der Noah bei uns im Familienzimmer, also im Schlafzimmer bei uns mit geschlafen. Natürlich auch bei uns im Bett und auch heute noch ist das so, wenn er mal nachts wach wird oder wenn er krank ist, dann ist er immer bei uns mit im Bett. Also, ich bin ganz klar pro Familienbett. Also, für mich käme es überhaupt nicht in Frage, wenn ein Säugling wirklich noch richtig Baby-Baby ist und dann in seinem eigenen Zimmer liegt oder womöglich noch auf seiner eigenen Etage liegt. Also, das ist, kann natürlich jeder so machen, wie er möchte. Es ist ja kein Angriff oder irgendwie eine Verurteilung an andere Mamas. Jeder macht es so, wie er möchte. Ich rede jetzt nur persönlich von mir, wie wir es machen. Und für uns war Familienbett immer klar Option A und irgendwann mal ist der Kleine auch mit ungefähr anderthalb ist er dann auch wirklich in sein eigenes Bett gezogen. Das Bett hatten wir aber auch noch erst bei uns im Schlafzimmer. Und dann ist er mit zwei Jahren, mit zweieinhalb in seinen, nee, mit zwei Jahren ist er dann, noch nicht mal zwei, in sein eigenes Zimmer. Ja, in sein eigenes Zimmer. Weg von Mama. Nächste Frage. Babybrei selbst gekocht oder Gläschen? Also, erstes Kind, natürlich kocht man und macht man Pastinake und Möbel und Kartoffelchen und hier ein paar Erbsen und die Brokkoli werden gerührt und nur ein bisschen Salz und am besten nicht gewürzt. Leute, ich bin nachher umgeschrieben auf Gläschen, die hätte ich lieber gegessen. Nächste Frage. Markenklamotten oder No-Name? Also, bei Schule kriegt der Noah grundsätzlich Markenschuhe. Der trägt meistens Adidas, weil ich bin auch ein Adidas-Kind. Bei Klamotten ganz klar. Also H&M, Erzungsfamilie, C&A. Also, da brauche ich auch keine anderen Marken. Das ist auch alles Schwachsinn. Also, finde ich. Kann wieder jeder machen, der möchte. Aber bei Jacken und bei Schuhen lege ich doch sehr großen Wert darauf, dass der Junge gescheite Klamotten hat und die auch wirklich auch gut sitzen und auch was Jacken angeht. Weil wir sind auch am Wochenende meistens irgendwo im Unterholz unterwegs, auf irgendwelchen Wald- und Wiesen, Spielplätzen, Berge, keine Ahnung was. Wir sind eine sehr aktive Familie. Wir sind wirklich schon morgens bis abends irgendwie im Wald am Rumtoben. Und da muss der Kleine schon auf jeden Fall richtig, richtig gute Klamotten haben. Also, da legen wir auch sehr großen Wert darauf, auch seine Unterwäsche. Jetzt gerade im Winter. Wir waren auch jetzt über Silvester auch im Sauerland gewesen. Dort waren wir rodeln. Und er hat ganz klar, hat er auch Merino-Unterwäsche. Der hat auch richtig gute Merino-Falke, auch Merino-Socken. Und darauf lege ich schon sehr großen Wert drauf, doch. Also auch Handschuhe hat er auch richtig gute von Gorotex. Also mit Gorotex auch verarbeitet von, weiß ich nicht, Zima oder sowas. Also das muss schon sein. Alles, was so die letzte Layer-Lage ist, das muss auf jeden Fall richtig Bomben sein. Also die erste Layer und auch die letzte Layer, wie man so schön sagt. Das klingt jetzt hier so, ich komme mir gerade vor wie ein Berater bei Global Trotter. Ungeschminkt oder kein BH? Ne, dann lieber ungeschminkt. Punkt. Trage oder Kinderwagen? Ja, das ist auch wieder das Thema. Ganz klar Kinderwagen, weil ich bin mit dem Kleinen immer durch die Gegend gerannt. Und am Kinderwagen habe ich halt meine Karabinerhaken, mein großes Körbchen. Habe ich ja heute noch teilweise, nehme ich den, packe ich den mit in den Kinderwagen, wenn ich irgendwo hingehe. Weil wir haben ja den großen Buggy. Wir haben einen richtig großen Sport-Buggy von TFK. Und der hat echt ein super, super gutes Körbchen, stabil. Ich kann auch hinten voll die Taschen dranhängen. Das Ding kippt nicht um. Also ganz klar Kinderwagen. Also jetzt Buggy natürlich. Stillen oder Pulvermilch? Ja, ganz dramatisches Thema. Also ich habe gestillt, leider nur zwei Wochen. Ich hatte eine totale Brustinfektion, Entzündung. Und ich bin ganz klar fürs Stillen. Ganz, ganz klar fürs Stillen. Aber wenn es nicht mehr geht, dann natürlich Pulvermilch. Ich habe sehr damit gehadert. Ich habe wirklich gelitten. Ich habe bestimmt noch sechs Monate danach immer wieder geheult. Deswegen, weil das nicht geklappt hat. Aber mein Noah ist auf jeden Fall ein Abtamil-Baby. Und ist auch gut, ja, ist auch gut gediehen. Oder wie sagt man? Gedeiht, gediehen. Auf jeden Fall. Ich finde es aber echt toll, wenn Mamas das durchziehen zu stillen. Und auch so lange wie möglich stillen. Ich finde das echt super toll. Und ja, befürworte das total. Weil es gibt nichts Besseres. Aber wie gesagt, wenn es nicht anders geht. Und leider bin ich auch eine von diesen Mamis, die dann... Was heißt leider? Es ist so. Und ich bin auch dankbar, dass es diese Pulvernahrung gibt. Weil sonst hätte ich echt ein Problem gehabt. Kurzer Abstand, die Kinder oder halt mal die Luft an. Ja, ich würde sagen, ganz klar, ein kleiner, also ein Abstand, ein gewisser Abstand muss schon sein. Weil sonst hast du wirklich komplett zwei Pampers-Kinder und komplett zwei Flaschen-Kinder oder Still-Kinder oder I don't know. Also das wäre mir persönlich jetzt ein bisschen too much. Aber ich sehe auch ganz viele Mamas, die machen das wirklich ganz bravourös. Auch in meinem Freundeskreis, da habe ich zum Beispiel auch zwei Mamas, die haben Kinder wirklich innerhalb kürzester Zeit bekommen. Wirklich bam, bam hintereinander. Und da ziehe ich echt meinen Hut vor. Ich habe größten Respekt davor. Vor allem auch, was es so innerhalb der Beziehung auch mit Mann und Frau auch macht. Es ist nicht einfach, es ist auch nicht immer easy und es ist auch wirklich stressig. Aber Respekt an alle Mamas da draußen auf der Welt, die das wirklich toll machen mit Kindern in kurzen Abstand hintereinander. Für mich wäre das jetzt keine Option. Weil ich hatte auch wirklich sehr, sehr, sehr viele schlaflose Nächte mit dem Kleinen gehabt. Und teilweise immer noch. Und Noah ist ein Kind, ich habe das ja schon mal erwähnt in meinen Happy Baby Blogs damals. Noch als ich so von Woche zu Woche und von Monat zu Monat seine Fortschritte, seine Updates gemacht hatte. Der Kleine, der hat wirklich nie geschlafen. Und auch heute noch ist das so, ihr Hübschen, dass der Noah gerne um 4 Uhr wach wird. Also er geht teilweise um 9 Uhr schlafen und ist um 4 Uhr wach. So. Und wenn ich jetzt noch ein kleines Baby hätte, was auch noch parallel alle 2-3 Stunden wach wird und gefüttert werden muss. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, ganz ehrlich. Nächste Frage. Hugo Getränk oder Weißwein? Also ganz klar, gar kein Alkohol. Strenge Erziehung oder Laissez-faire? Ja, ich würde sagen, ich bin eine autoritäre Mama, aber ich bin auch sehr kooperativ. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beiden. Und das finde ich auch gut so. Und wichtig finde ich aber auch, dass Mama und Papa auch immer, was das angeht, einer Meinung sind. Und das sind wir Gott sei Dank. Also wir arbeiten auch viel über Blickkontakt, der Chris und ich, also mein Mann und ich. Und das funktioniert sehr gut. Also was solche Dinge angeht, mit dem Kleinen, da sind wir uns eigentlich, eigentlich, betone ich mir zwar, ganz bewusst eigentlich immer einer Meinung, außer, und jetzt kommt das große, außer, wenn es um die Temperatur geht. Ich bin eine totale Frierliese. Ich friere immer, mir ist immer kalt. Und wenn es so jetzt um diese kalte Jahreszeit geht und wir den Kleinen einpacken, ich will am liebsten dem alles anziehen, was er hat in seinem Kleiderschrank. Und mein Mann ist immer so, nein, es ist zu warm, es ist zu warm, es ist zu warm. Also in dem Punkt, was das Thema Temperatur angeht, da sind wir uns nicht immer einig. Achso, die Frage war ja Erziehung. Genau. Aber, nee, also bei Erziehung sind wir ganz klar einer Meinung. Und, ja, ich würde sagen, wirklich ein gesunder Mittelweg zwischen Nessifair und Autorität. Ja. Also wenn der Kleine ein bisschen frech ist und uns total auf den Keks geht, dann packe ich ihn mir und dann geht er in sein Zimmer, macht die Tür zu und dann sag ich auch immer, du bleibst in deinem Zimmer und dann kommst du raus, wenn du wieder lieb bist. Und dann kommt der raus, ich will jetzt wieder lieb, Mami. Und manchmal kann ich mir das Lachen nicht verkneifen. Manchmal ist es auch echt ganz hart, wenn ich irgendwie streng sein möchte oder auch böse sein möchte. Und dann schimpfe ich mit dem. Und dann muss ich immer aufpassen, dass meine Mundwinkel nicht zucken und ich nicht anfange zu lachen. Das ist ganz, ganz fatal. Oh Mann, ey, ich sag's euch. Kinder können eine wirklich, ja, eine neue Welt eröffnen, aber auch wahnsinnig machen. So. Spielplatz oder Wald? Ja. Früher war es mehr der Spielplatz, jetzt ist es mehr der Wald. Also wir sind total gerne im Wald. Also wir finden beides gut. Wir sind auch meistens an einem Tag erst im Wald und danach auf dem Spielplatz. Also irgendwie ist der Spielplatz immer bei uns. So eine Art Konstante. Ja, also wir sind beides. Dutt oder offene Haare? Ja. Wenn ich putze, wenn ich koche, wenn ich Sport mache, dann ganz klar, wird da so ein Knoten reingemacht. Aber wenn ich jetzt auch für euch drehe und mich ein bisschen fein machen möchte oder essen gehe oder irgendwas, dann natürlich offene Haare. Aber ich bin nicht die Mami, die mit offenen Haaren durch die Gegend rennt, weil das geht nicht. Ich bin ja nur beim Kind am Hinterherrennen und ja, ich bin eher die Sneakers und Zopf-Mami als Pumps und offene Haare-Mami. Pumps und offene Haare ist eher abends, wenn ich ausgehe. Mädelsabend oder Club? Ganz klar, der Mädelsabend. Ganz klare Sache. Also ich liebe das. Ich liebe es, mit einer Freundin abends in Ruhe essen zu gehen. Ich liebe es, mit ihr zu quatschen, irgendwo schön zu sitzen, lecker Essen zu bestellen und dort auch zu verweilen, schön quatschen und dann irgendwann mal happy, zufrieden nach Hause zu gehen. Ja, passiert bei mir nicht so häufig, also es kommt bei mir wirklich so maximal zweimal im Monat vor. Eigentlich nur einmal im Monat, mehr brauche ich aber auch irgendwie gar nicht. Also maximal wirklich zweimal im Monat und ich habe einen sehr kleinen Freundeskreis, einen sehr engen Freundeskreis. Freue mich total, wenn ich mich mit einer Freundin treffe, aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich bin abends immer sehr, sehr müde und ich bin auch immer froh, wenn ich irgendwann auf der Couch sitze, abgeschminkt bin, meine gemütlichen Pyjama anhaben, meine dicken Socken anhaben, da haben wir es wieder mit der Wärme. Das sind übrigens auch immer dicke, fette Merino-Socken, die ich auch abends trage, also auf der Couch. Und ja, ich freue mich einfach zu Hause zu sein. Ich bin gerne zu Hause, ich bin gerne mit meinen Jungs, ich genieße das total und ich genieße auch vor allem meine freie Zeit mit meinen Jungs zu verbringen, weil das ist für mich das Wichtigste. Ja, Family First, ganz klar. Ist ja auch meistens ein Hashtag bei mir auf Instagram, Family First. So, Filterkaffee oder Espresso? Ja, wir haben eine Nespresso-Maschine und ich finde aber, ich finde aber, muss ich ganz ehrlich sagen, diese traditionellen Filtergeschichten auch sehr gut und der Kaffee schmeckt auch wirklich, wirklich toll. Also ich kann nicht sagen, was ich besser finde. Nee, nee. DM oder Rossmann? Ich bin ein DM-Kind. Ja, und Rossmann finde ich aber auch sehr gut, weil die haben immer sehr viel Spielzeug und auch so haben die mehr so Kram, irgendwie, was man auch so gebrauchen könnte oder irgendwelche Geschenkartikel. Aber ich finde DM irgendwie, irgendwie cooler. Ich glaube, ich finde es cooler. Ja, aber ich bin damit groß geworden. Für mich ist, ich bin ein DM-Kind. Kaiserschnitt oder natürlich Geburt? Ja. Kaiserschnitt ist für mich eine, eher eine Art Not-OP. Ich bin immer für die natürlich Geburt, ganz klare Sache. Ich habe auch den Noah auf der natürlichen Art bekommen, aber es war ganz, ganz lange nicht klar, dass ich Noah natürlich gebäre, weil er lag wirklich bis zur 37. Woche in der Beckenendlage. Und ich war schon darauf vorbereitet auf den Kaiserschnitt. Ich hatte schon einen Termin für die Besprechung im Krankenhaus zum Kaiserschnitt. Ich habe auch geheult, weil ich einen Kaiserschnitt machen soll und so weiter. Zum Thema Beckenendlage verlinke ich euch auch mal hier und auch mal unten in der Infobox im Video. Darüber habe ich auch mal ein Video produziert. Ja, also ich finde es toll. Ich ziehe den Hut vor allen Mamis, die das Baby auf natürliche Art bekommen. Und alle, die das Kind per Kaiserschnitt gebären, ziehe ich auch den Hut davor, weil das ist auch nicht einfach. Es gibt nicht das oder das. Also wenn ich die Wahl habe, immer auf natürlichem Wege, dann immer die natürliche Geburt, die spontane Geburt. Aber wenn es nicht anders geht, dann bin ich sehr dankbar über den Fortschritt der Medizin, dass wir die Babys auf diese Art und Weise zur Welt bringen können. Das ist auch nicht selbstverständlich. Denn noch alleine vor 50 Jahren sind so viele Kinder totgeboren, nur weil der Kaiserschnitt noch nicht richtig durchgeführt wurde. Also wir können uns sehr, sehr glücklich schätzen in unserer Zeit, in unserer Medizin, mit dem Fortschritt und ja, dass sogar auch der Kaiserschnitt mittlerweile so glimpflich verläuft. Die Frauen können am selben Tag wieder aufstehen und so weiter. Die Narben sind kleiner, weniger Entzündung und wir haben Penicillin. Mein Gott, was haben wir jetzt gut heutzutage. Also ja, jetzt plädiere ich da viel zu viel, aber ich finde, man darf niemals die Dankbarkeit außer Acht lassen und vor allem, wo wir leben, was wir für Möglichkeiten haben. Wir haben die Möglichkeit, uns entwickeln zu dürfen, wir haben die Möglichkeit, unsere Persönlichkeit zu entwickeln. Ich darf einfach hier so vor der Kamera stehen, ich darf Dinge hochladen, ich darf meine Meinung kundtun. Das ist auch nicht immer selbstverständlich gewesen, dass wir Frauen über unsere Dinge einfach so reden dürfen oder über solche Themen, die ich jetzt hier gerade vorgelesen habe. Ich habe übrigens hier gerade das Bild von der Stefanie, weil ich habe ihre Fragen in ihrer Infobox gescreenshottet, damit ich euch die vorlesen kann. Ja, alle, Steffi, ich grüße dich an dieser Stelle. So ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu lang geworden und ja, ich nominiere an dieser Stelle die Liebe Semra vom Kanal Lila Kuchen. Sie lebt in Istanbul, mit ihr habe ich bereits zwei Kooperationen gemacht, zwei leckere, tolle Kochvideos und schaut auf jeden Fall mal bei ihr auf ihrem Kanal vorbei. Den verlinke ich euch jetzt unten hier in der Infobox und ja, ihr Lübschen, wo immer ihr auch gerade seid. Ihr wisst schon, macht's gut und lasst mir einen Daumen hoch da, ich freue mich. Tschüss.